Okay, wir wollten eigentlich noch bis zum nächsten Tag warten, aber es ist was passiert, was wir nicht gut finden. Oh mein Gott, was ist passiert? Ja, ist jetzt gut. Darf ich jetzt endlich mal eine Begrüßung sagen? Ja, Entschuldigung. Ja, so, während der Nightwunder sich da hinter dem Busch versteckt, begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge Don't Stopped Together. Und, ähm, was ist so Besonderes passiert, dass ich so mitten im Tag, obwohl wir es anders, dass ich meine Planung umschmeißen musste. Äh, wir kriegen Besuch. Und zwar, und zwar, äh, ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen. Do you hear that? Ja, ich habe es gehört. Weil da kommen nämlich jetzt gleich unsere lieben Freunde, die Hounds. Genau, und die, und die. They don't screw around. Also, die sind, äh, ganz harter Tobak. Ja. Du, hier, da, ja, dann. Ja, wahrscheinlich kommen die genau dann, wenn es, wenn es kurz davor ist, dunkel zu werden. Ich schmeiß, ich nehme ja schon mal einen Lock in den Invent. Ne, ich habe ein Grass Turf. Oh, sehr geil. Die sind sogar noch besser. Naja, die sind deutlich besser damit, äh, beleuchtet man ja praktisch die ganze Welt. Oh, die Ga... Instant Welt. So, ich halte jetzt hier das schon mal über das Feuer. Da sind sie! Auf geht's! Bam, bam, bam. Das löst auch unser Problem. Da kommt der Nächste. Das ist aber Monster Meat. Wie viele waren das jetzt? Das war jetzt zwei. Wie viele kommen? Das ist der Dritte? Fünf oder sechs kommen. Das ist der... Drei, vier... Ja, das ist egal. Aber Monster Meat kann man ja mit Veggies auch Dingens machen. Vier... Die Musik richtig abgeht direkt. Ich glaube, das war's. Was ist das? Bist du sicher? Ja, die kommen ja sonst immer Schlag auf Schlag. Ah. Na gut. Vier. Ich höre aber noch welche. Echt? Ich höre noch irgendwo ein. das Thema Dunkelheit und zwar, wenn es komplett dunkel ist, man gar nichts mehr sieht, sieht man nicht schwarz, sondern man sieht eine Farbe, die nennt sich Eigengrau und die ist für jeden Menschen unterschiedlich. Oho, könnt ihr googlen. Eigengrau? Eigengrau, ja. Dazu muss man jetzt sagen, dass ich hier gerade wirklich gesessen habe und die Augen zugemacht habe, um das einfach mal zu testen. Ja, man muss das wissen, um das wahrzunehmen, glaube ich, irgendwie, so, aber, ja, ne. Ich liebe es auch immer, ich liebe es auch immer, wenn man dann versucht, wenn es komplett pitch black ist, also wirklich mega dunkel, boah, dieser Hut versucht mich sehr gut, ja. Ja, das ist ein Original-Dictionary-Begriff, dass man, dein Hut verwirrt mich, dass man immer versucht, wenn es wirklich mega dunkel ist, dass man dann versucht, man sagt sich dann so, ja, die Augen gewöhnen sich gleich dran. Ne, tun sie nicht, weil es fällt ja kein Licht. Das ist richtig, ja. Das fällt ja nirgendwo nicht, dann, hörst du das eigentlich da auf zu kochen oder machst du da jetzt noch weiter? Achso, ich stehe einfach nur hier so. Achso, ja, warum, warum? Wir könnten doch hier kochen. Weil ich das kann. Ne, wir haben ja keine Matze mehr. Doch, wir haben doch Monster und, äh. Drei Pilze, ganz genau. Wo sind die 18 grünen Pilze hin, die ich eingesackt habe? Ich habe schon einen Teil davon, habe ich schon verkocht, aber das ist nicht alles. So, wir wollten in dieser Folge zu den Mechanoaffen gehen, IIRC. Ja, deswegen schmeiß ich jetzt hier einfach mal alles hin. Ja, ich schmeiß alles hin. Genau, ich schmeiß den Scheiß hin, wie ich mir in der letzten Folge schon die Finger abgehakt habe. Ja, die Mechanoaffen, ähm, die sind da. Okay, wir müssen einmal durch ein Loch springen. Oh, nice. Eigentlich gar nicht, hab ich denn meinen Hut auf? Macht mich ja schick. Ich weiß gar nicht, was der Hut für einen Effekt hat, aber... Glaube einfach nur... Looking fabulous. Ja. Hopp. 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 Jetzt können wir auch gleich sehen, ob deine These korrekt war. Äh, dann kommt also doch immer gleich raus. Okay, ja, okay. Halt den, halt den Mund. Halt die Kappe. Ich habe, äh, ich habe gemerkt, dass ich das falsche Loch genommen habe. Tja, das sind Dinge, die passieren. Das ist richtig. So, und jetzt kommen unsere Freunde gleich. Die Mechanoaffen. Genau, hier ist ein Resurrekteur und hier kommen die Mechanoaffen. Und ich würde sagen, auf geht's. Ist da ein Bulle dabei? Nein. Oh, da ist eine, ach schau, da ist eine Statue von Maxwell. Oh, es sind viele. Lauf weg, 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 weg. Regenerieren die? Nee. Das ist genau so die richtige Taktik, die wir machen. Ja, okay. Rennen, schlagen und wegrennen. Und wegrennen. Aua, aua, aua. Ah, der Krieg gegen die Mechano. Affen. Ja, ich Mechano, Pferde, aber... Affen, Pferde. Hier, lass den nehmen. Ey. Ey. Jawoll. Und da kommt der Nächste. Der Nächste, der ist auch schon angeschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aua. Oh, oh, oh. Ich glaube, dass das ziemlich heftig ist, dieser Schlag. Na? Warum schlage ich nicht zu? Ja, qualvoll. Alter. Alter Vater. Der aushält. Wo ist die denn? Wo war der denn angeschlagen? Ja, vielleicht hab ich mich gehört. Okay. Äh. Wicker. Hast du noch HP? Da ist noch... Ja, ja, ja. Ist egal. Wir haben die alle kaputt. Ja, jetzt bereue ich es gerade ein bisschen, dass ich nicht... Oh, weg, 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 weg. Lauf! Das ist ein Roboter-Mensch-Spiele. Das Name habe ich jetzt gerade vergessen. WX78. WX78. Ich hab noch halber HP. Den mittleren hatten wir. Den mittleren hatten wir. Den mittleren hatten wir. Okay, okay. Nehmen wir mal drauf. Ruf auf die Linda. Und jetzt aufheben und weg. Nein, komm. Wir haben sechs Stück. Egal. Wir nehmen alles mit, wenn wir schon hier sind. What? Aua. Wow. Holy cow. Hier ist direkt ein Resurrection Stone links. Ach. Ich weiß warum. Meine Rüstung war defektiv. Ich hab gar keine Rüstung mehr. Ja, eben. Okay, wir lassen das. Ich würde gerne meine Sachen machen. Das war das Marvel. Ja, das Marvel möchte ich auch haben. Okay, ich hab den Nightmare Fuel mal da hingeschmissen. Und bin der Meinung, wir sollten jetzt zurückgehen. Deine gute Meinung. Wir haben was, wofür wir gekommen sind. Ja. Mehr als genug Gears. Mehr als genug. Und äh. Ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Hunger, kacka, pipi, Durst. Und deswegen sollten wir gucken, dass wir den Verschwindibus machen. Den Verschwindibus. Wieso? Fällt dir was auf? Ähm. Ich hab kein Bart mehr. Ja, ganz genau. Wie kommt's? Ja, ich hab ja... I am reborn. Ach so. Und dann bist du glatt wie ein Babypopo. Glatt wie ein Babypopo. Ganz genau. Faszinierend, dass das wirklich hier so funktioniert. Du hast jetzt nämlich ein Problem, weil jetzt wird's nämlich ganz schön kalt im Winter. Das ist wahr. Ja, aber dann brauch ich mal einen Wärmestein. Und ich habe einen Blowdart, einen Sleepdart gefunden. Uh. Leuchtend. Glänzend. Glänzend. Shiny. Ist es Shiny übersetzt als glänzend oder als leuchtend? Shiny ist glänzend. Shiny Metal. Glänzend ist total. Ah. Verstehe. Soll ich mal den zweiten Science Fact bringen? Oder soll man mal drei bringen, dann können wir... Wir können so viele bringen wie wir wollen. Oh, Hammer. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob das wusste. Ich stelle dir immer die Frage, weißt du welche Farbe ein Spiegel hat? Und jetzt sag nicht Glasfarben. Ich sag Grün. Oh, verdammt. Du kennst das auch. Ja, ich... Ja, ich kenn es. Ähm, allerdings kann man da... Hab ich da gerade Hounds gehört? Nein. Aber ich sterbe. 14, 13, 12, 10, 9. Hast du Essen? Äh, nur rohe Pilze. 5, 4. Egal, gib her! Ja, nimm die Samen, nimm die Samen. Hm. Hm. Wir haben ein Herzen in der Basis. Ja? Ja, ja. Nimm schon. Ja, ja. Na dann. Steh da nicht rum wie du mag, sondern geh und resurrect mich. Ich weiß nicht, wo die Basis ist. Oben, hier. Nimm schon. Ja. Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Guck doch einfach auf die Map, da siehst du doch kleine... Damit hatte ich vorhin schon Probleme. Ach so. Aber ich weiß, dass wir irgendwann in der Straße sind. Hier. Ne, wir haben keine Herzen. Wir haben... Doch, wir haben Herzen. Wir haben nur die Grundlage für Herzen. Ja, dann machst du halt Herzen. Oh. Ein Spider-Gland. Ja, dann mach ein Herz. Wie macht man denn das? Gib mir ein Stück deines Lebens. Wo ist denn das drunter? Und das Survivor? Ja. Telltale Heart. Ja, dazu brauch ich jetzt natürlich auch noch Gras. Und das hab ich auch. Alles. Ich haunte jetzt einfach hier so Stuff. Holy fuck. Okay, wenn ein Geist, also ein... Holz... Hauntet, dann brennt er. Der Geist brennt? Lustig. Sehr amüsant. Bling. Bling. So, jetzt hab ich aber auch kein Magnificent Beard mehr. Egal. Ist natürlich jetzt... Suboptimal, ne? Was kommt da? Geh weg. Das ist nur so ein Nightmare Creeper. Das ist aber... Oh fuck. Ich krieg auch. Ich hab auch noch 10 HP. Ich hau mir was Subfudern rein. Hau dir was in den Kopf. Ja, wir bräuchten mal wieder so Fische, ne? Für dieses... Fische oder Hasen. Ja. Für das HP Food. Hm. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich könnte mir mal wieder einen... Einen... Einen Hut basteln. Ja. Für die... Garland. Genau. Einen Garland. Damit meine... Sanity wieder hoch geht. Ach der, ich... Hatte ich uns eigentlich schon... Was ist das? Hörst du das? Hörst du das? Diese Musik... Ach der, der Feuerdieb. Ach der, der Feuerdieb. Ach der, der Feuerdieb. Ach ja, stimmt. Der Feuerdieb. Boah. Ich glaube das ist, wenn es zu hell ist. Er möchte das nicht, wenn es zu hell ist. Ich hatte gerade ein bisschen Muffen wieder. Ja. Ich habe total vergessen, was das halt wieder war. Mhm. Was ist das? Um mein... Gedöns zu holen. Meine Mopeds. Deine... Wie kam es eigentlich dazu? Zu diesem... Zu dem... Zu dem Moped? Ja, ja, ja. Ich habe es von Escapist. Ich habe es ja gesagt. Ja, es ist von Escapist. Richtig, genau. Ähm... Das kam dazu, wie ich es alt immer tue. Wie auf dem Discovery Channel. Nein, ähm... Das... Ich habe... Ich habe ja meine Probleme mit manchen Fortfindungen. Und... Dementsprechend... Wollte ich... Wollte mir einfach nicht das Wort für... Geschmolzene Schokolade einfallen. Heiße Schokolade, glaube ich, war es ja. Oder heiße Schokolade, genau. Ähm... Dementsprechend stand ich da. Wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann kam da, äh... Das Universalwort Moped für alles raus. An Moped. Also da, wo ich her könnte... Was sagt man? Moped. Aus dem Ghetto. Nein, gar nicht mal. Echt? Ich bin ein sehr... Well... Ed... Educated... Edu... Jetzt geht das schon wieder los. Educated wollte ich eigentlich auf Deutsch übersetzen. Also... Nennen wir es als Übersetzung. Der Schule nicht so oft aufgepasst hat. Ja, genau. Der Schule nicht so oft anwesend war. Und wenn er anwesend war, geschlafen hat. Das war eine Kunst. Ja. Durchaus. Nein. Eigentlich... Eigentlich bin ich sehr... Ähm... Sag jetzt nicht gebildet, weil du würdest... Nein... Eigentlich wollte ich sagen, äh... Interessiert an Wissenschaften. Ja, das stimmt. Deswegen gibt's ja auch die Science Facts. Ja, das ist... Das ist richtig. Aber, äh... Du wolltest vielleicht den Zuhörern noch erklären, warum der Spiegel grün ist. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich... Ich weiß es nicht. Also... Beziehungsweise... Nicht... 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 Ja, genau. Warum er... Genau, es hat was... Ja, das ist richtig. Also, darum ist er grün. Aber, warum er... Ähm... Wieso er... Ach... Wie wir darauf kommen. So, das wollte ich sagen. Jetzt nicht, weil wir es gelesen haben oder gehört haben. Sondern, äh... Wie man das beweisen kann. Wie auch die Zuschauer jetzt... Quasi ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer gehen können. Das Schlafzimmer ist besser, ja. Wenn man den Spiegel nimmt und einfach zur Seite dreht. Wenn man ihn von der Seite anschaut, der Rand ist grün. Naja, eigentlich... Das wäre eine Möglichkeit. Oder eine weitere Möglichkeit ist... Das hat man als Kind immer gemacht. Und zwar einen Spiegeltunnel bauen. Huh. Man kennt das doch. Wenn man zwei... Spiegel gegenüberstellt... Dann... Wenn man immer tief... Also, wenn man quasi in die Ebenen hineinschaut... Dann wird das Bild immer grüner. Echt? Ja. Cool. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der Tag mal kommt, an dem du mir was erzählen kannst. Ne? Nicht schlecht. So, jetzt versuche ich mich gerade hier mal an den... An der Super-Hasen-Methode... Oh, ey. Und die hat ja tatsächlich funktioniert. Ich lag mich tot. Ja, die ist top. Die ging doch eine ganze Zeit lang nicht. Aber jetzt geht sie wieder. Jetzt hole ich mir den... Okay. Oder ich hole mir den Hasen nicht. Weil gerade in dem Moment, wo ich mir den Hasen holen wollte... Geht natürlich meine Schaufel kaputt. Ich habe aber wieder jede Menge Kot. Hm. Kot. Und wir sollten vielleicht mal überlegen... Äh... Das... Das Jagen von Buffalosen... Zu... Beginnen. Jagen? Ja. Ich meine nicht sicher, ob man Buffalos jagen sollte. Die sind sehr stark. Und du hast es dann immer mit der ganzen Herde zu tun. Das erinnert mich auch an eine... Äh, an Ägypten... Nein, 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 nein. Ich wollte gerade wieder einen politisch unkorrekten Spruch bringen. Zum Glück gerade noch abgewendet. Genau. Und wenn das nicht... Bin ich so ein bisschen... Hasen. Boah, stirb doch. Das gibt's doch nicht. Ich hau immer ins Leere. Ich bin echt zu dumm. Zu... Zu dumm für diese Methode. Jetzt habe ich dich, du Scheißer. Jetzt habe ich dich. Hast du jetzt eigentlich die Gears mal irgendwo abgelegt, oder? Jaja. Jetzt habe ich dich. Ich... Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich hau dich, ja Pot. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das hier bin ich. Ich krieg den Hasen. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich will gar nicht wissen, wo ich jetzt gleich bin. Ganz langsam. Ja. Ja, jetzt drücke ich ihn in die Ecke. Jetzt drücke ich ihn in die Ecke. Komm her. Jawoll. Nein, ich drücke ihn doch nicht in die Ecke. Doch, jetzt. Oh, oh. Okay, Hase, du hast noch mal Glück gehabt. Okay, du hast noch mal Glück gehabt, weil ich muss jetzt weg. Hast du denn welche bekommen? Einen. Neu mal. Morgen hole ich mir wieder diese scheiß Fallen. Weil anders kann ich... Jetzt habe ich ihn doch noch erwischt. Kopulierend finalistisch. Oh, wenn man Vögel tötet, bekommt man auch Morse. Okay. Was? Warte, was? Warte, was? Ja, hier habe ich jetzt... Oh, mehr Kacke. Nice, Kacke. Könnten wir bald schon unsere erste Farm bauen. Na ja, könnten wir. Sollen wir. Ja, vielleicht nicht schlechter, aber wir bauen ja gar nichts. Was braucht man eigentlich? Genau, was braucht man für die Anwarztform? Ah, ich gucke. Man braucht... Moment. So, wie wahr? Ne, füd. 10 Gras, 6 Kacke, 4 Steine. Ich brauche Gras jeden Tag. Ja, genau, das brauchen wir. So, jetzt muss ich mich aber echt ein bisschen beeilen, weil... Tatsächlich. Könnten auch bei Gelegenheit mal anfangen. Uns Wände zu bauen. Bauen wir mal schon mal ne... Oh, hier ist ein... Hier ist gerade ein Death Battle. Zugange. Ja, dann warte ab. Nee, ich werde nach Hause kommen, weil zu Hause ist es doch am schönsten. Das ist wahr. Ah, hier bin ich. Mein Vergangenheits-Ich. Ich habe mal in die Baukiste Steinwandteile gelegt. Möchte, dass du dann Steinwand... Steinwände baust. Steinwände? Ja. Während ich... Äh... Fische organisiere. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich Fische organisieren wollte. Ach, komm schon! Oh, da kommt der Lichtdieb. Lichtdieb! Geh weg! Ha! Oh mein Gott, ich will jagen! Ah, echt? Ja! Oh, wie cool! Ich habe die gerade verjagt, indem man drauf geht. Hm... Ah, wir haben jetzt einen Kühlschrank. Hm. Ah, wie schön. Da ist ja noch ein Morsel drinne. Ich habe aber... Hm. Wir haben keine... Dinge. Dinge. Ja, Dinge fehlen uns sehr oft. Ah, du hast Steinwände bereits gebaut. Habe ich gerade eben gesagt. Ja, richtig. Jaja, aber ich wusste nicht, dass du sie bereits gebaut hast. Ich dachte, du hättest sie nur... Ähm... Das ist das Konkrete, oder wie das heißt, da hingestellt. Gut. Bereits fertig gebaut, klar. Und natürlich, wie beim letzten Mal, verbrauche ich die Fackeln ein. Würde ich sagen, wir beenden die Folge, während der neue Tag beginnt. Juhu! Und während ich Escape drücke, wie ein Doofer, um diese scheiß Kiss zu machen. Äh... Beenden wir die Folge. Bleib doch mal stehen. Ich filme das schon in der Aufnahme. Okay. So. Genau. Ja. Wie du was sei. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in dem Sinne, habe die Ehre.